hallo heute am abend mit schlechten lichtverhältnissen ich muss extra eine lampe hinstellen damit es ein bisschen besser ist habe ich etwas ganz besonderes für euch und zwar ich selber mache immer wieder gerne was mit anderen youtuber und sie auch mit mir hoffe ich zumindest und in letzter zeit habe ich aber oft keine zeit und manchmal auch einfach keine lust für solche sachen und ich bekomme auch immer wieder anfragen von leuten dass sie gerne mit mir ein video machen würden deswegen dachte ich mir ich mache jetzt einfach mal ein video wo ich ganz viele wörter und sätze aneinander füge und ihr könnt das video dann einfach bearbeiten und mit eurem eigenen video dann ja einen dialog daraus machen und irgendwie könnt ihr dann ganz verrückte sachen machen also ihr könnt mich dann in sehr peinliche lagen bringen ihr könnt aber auch was ganz lustiges vielleicht machen oder ja auch was ernstes oder was weiß ich ihr könnt einfach mit mir ein video machen also ihr könnt das video unterladen bearbeiten euch selber einen text überlegen und das dann irgendwie zusammenschneiden und ja ich habe jetzt einfach mal paar sätze ein paar wörter mir überlegt die ich jetzt einfach mal sage ich hoffe es deckt so ein bisschen an fülle also es ist kein wörterbuch ich habe jetzt nicht jedes wort wort wird aufgeschrieben aber ja zumindest ein paar sachen ich fange jetzt einfach mal an und ja ich hoffe ihr könnt das bearbeiten ich hoffe ihr versteht worum es geht viel spaß mein freund erinnerungslager ja 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 nein 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 guten tag guten tag guten tag guten tag hallo 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 ich heiße florian 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 ja genau ich bin der typ vom erinnerungslager erinnerungslager ihr youtube genau das weiß ich nicht ach keine ahnung vielleicht 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 ganz sicher nicht ganz sicher nicht nur so zum spaß ja nur so zum spaß nur so zum spaß nur so zum spaß nur so zum spaß dafür bin ich bekannt dafür bin ich bekannt ja dafür bin ich bekannt ja dafür bin ich bekannt ich werde mein bestes geben 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 das freut mich sehr das freut mich sehr das freut mich sehr das freut mich das freut mich sehr Cool. 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 Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Du bist blöd. Du bist blöd. Du bist echt blöd. Du bist cool. Du bist super. Du bist echt super. Du bist echt lustig. Ich finde dich super. Du bist echt lustig. Super. Du bist echt nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Das ist echt nicht lustig. Ich finde es überhaupt nicht lustig. Ich fühle mich so missbraucht. Mit dir rede ich nicht mehr. Nein, ich will nicht mehr. Ich rede mit dir nichts mehr, gar nichts mehr. Auch jetzt nicht mehr. Vorsicht, eine Ablenkung! Vorsicht, eine Ablenkung! Kann ich weiterhelfen? Suchst du jemanden? Suchst du jemanden? Hi, suchst du jemanden? Hallo? Kann ich irgendwie helfen? Vielleicht meine Katze? Meine Katze? Merlin? Merlin? Meine Katze? Kater? Mich! Mich? Mich? Nein! 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 Das kann nicht sein! Nein, niemals! Ja! Ja! Nein! 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 Ganz unter uns, ich finde dich echt sexy und ich wollte schon sehr lange ein Video mit dir machen! Unter uns Ich finde dich so geil und ich wollte schon sehr lange ein Video mit dir machen Unter uns Ich finde dich echt blöd und ich finde es wirklich sehr unangenehm hier misshandelt und missbraucht zu werden für ein Video mit dir Also das ist wirklich sehr unangenehm Ich höre Ich höre Was muss ich noch hier alles machen? Es wird langsam wirklich sehr unangenehm Es macht wirklich einen Haufen Spaß mit dir Was könnten wir noch machen? Es ist wirklich total lustig Ich bin Ich bin Ich bin Mein Name ist Florian Ich bin Und Und 22 Jahre alt Oh nein 23 Jahre alt Ich hatte vor kurzem Geburtstag Ich bin Und Und Ja das war's Toll so ein gemeinsames Video Wirklich toll so ein gemeinsames Video Für Geld mache ich eigentlich fast alles Für Geld mache ich alles Für Geld mache ich eigentlich fast alles Für Geld mache ich eigentlich fast alles Irgendwelche Fragen Kann ich irgendwie weiterhelfen? Brauchst du irgendwas? Irgendwelche Informationen? Also Ich helfe dir gerne weiter Brauchst du irgendwas? Irgendwelche Fragen? Wünsche? Kann ich irgendwie weiterhelfen? Hast du irgendwelche Fragen an mich? Ich? Oh, danke Sehr gerne Sehr gerne Tschüss Sehr was Tschau Tschüss Ja, bis zum nächsten Mal Tschüss Ja, das ist meine grüne Wand Ja, ich mag grün Grün? Grün Ja, ich mag meine grüne Wand Mein bester Freund Sie ist mein bester Freund Ich liebe meine grüne Wand Grün Ich verstehe Hm Das überrascht mich Du machst mich so wütend Du machst mich so wütend Ich glaub Ich hab mich in dich verliebt Ich glaub Ich hab mich in dich verliebt Ich glaub Ich hab mich in dich verliebt Lustige Videos Lustige Videos Wie kommst du denn da drauf? Wie kommst du denn da drauf? Ja, alles Mögliche. Dies und das und jenes. Alles, alles Mögliche. Jetzt bin ich aber traurig. Das macht mich sehr traurig. Der ist groß. Der ist sehr groß. Ja, der ist klein. Der ist sehr klein. Er ist klein. Er ist groß. Der ist sehr klein. Der ist sehr groß. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sage hier Dinge, die ich eigentlich gar nicht sagen will. Und ich glaube, das ist deine Schuld. Ich mag dich nicht. Du bist blöd. Jetzt habe ich mich umsonst schick angezogen. Ja, danke. Ich habe mich extra schick angezogen. Ja, danke. Ich habe mich extra etwas schicker angezogen. Das liegt am Licht. Das bin nicht ich. Das ist das Licht. Das Licht ist einfach schlecht hier drin. Das ist nicht meine Schuld. Das ist wirklich nicht meine Schuld. Das ist das Licht hier. Das ist einfach nicht so schön. Nicht so gut. Danke. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir können das eines Tages wiederholen. Danke. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir können das eines Tages wiederholen. Danke. Es war wirklich eine sehr schlimme Zeit für mich und ich hoffe, das passiert mir nicht nochmal. Das war eines der schlimmsten Videos, in denen ich jemals vorkam und ich hoffe, das passiert mir nie wieder. Oh ja. Moment, Moment. Das muss ich mir aufschreiben. Nein, ich mache mich wirklich nicht über dich lustig. Nein, ich mache mich doch nicht über dich lustig. Nein, ich mache mich sicher nicht über dich lustig. Ich höre dir zu. Ja, erzähl bitte. Ich höre dir zu. Ich sage es auch nicht weiter. Und wie heißt du? Freut mich sehr. Freut mich sehr. Das muss aber sehr wehgetan haben. Schrecklich. Pfff!